Langanhaltende oder sogar dauerhafte Schmerzen können die Lebensqualität erheblich einschränken. In unserer Praxis nutzen wir sowohl moderne als auch traditionelle Formen der physiotherapeutischen Behandlung. Besonders die klassische manuelle Therapie und funktionelles Training erweisen sich häufig als erfolgreich. Auch die moderne Schmerztherapie nach Liebscher und Pracht kommt zur Anwendung. Erfahren Sie mehr in unserer Praxis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017